Amk hier fast gestorben schon bei dem Go. Jetzt Janko droppt gefährlich low an dieser Stelle, wenn ich das mal so sagen darf. Fury zündet seinen Burst, Bladestorm läuft, da wird gleich auf den Heiler gekloppt. Das Nature Swift muss usen, um die Witze hier zu toppen. Und das Gegner-Team, das sieht gar nicht gut aus gerade. Richard Lowe, Dwarfmage Lowe. Wir versuchen hier den Heiler wirklich aus dem Leben zu scheppern. Da kommt der Silence doch mal rein. Trinket wurde jetzt hier gejustet und jetzt muss Holy One anfangen. Oh mein Gott! Und wir sehen auch J.G., wie der fleißig Dritt-Damage macht. Ist noch bei so ungefähr 40% Mana. Holy One ungefähr bei 30 und Tauro geht hier low, kriegt eine Mini-Bubble getradet, aber das bringt auch nichts! Damit habe ich nicht gerechnet. Das Game geht nicht mal eine Minute. Und sie wurden einfach mit einem Zug überfahren. Junge, das waren Dots aus der Hölle. Ich sehe die Toren gehen auf, beide Teams reiten rein, treffen sich auf einmal auf und dann werden Cooldowns geschmissen. Ich weiß nicht, was für mich geht gerade raus. ANK jetzt, 15% live. Dwarfmage auch. Ebenfalls auf der Seite von Buffpala sieht es auch nicht besser aus. Und Dude, HDF geht hier down! Da kam die Mini-Bubble zu spät. Und Rudi Wauwau ist jetzt richtig... Oh, Junge, Alter, das war knapp, Alter. CooCoo noch mal in der letzten Sekunde getradet hier, denn wir haben keine Turtle mehr bei Rudi Wauwau. Und Deep End geht down! Da kam der Swap! Deep End geht down! Furry hier im Bundes-Ding, die laufen schon wieder so dicht aneinander vorbei, aber die sehen sich nicht. What the fuck is that? Oh, Junge, ist wie von der Biene gestorben, versucht hier Deep End zu finden. Eisregen, Meteor, Combat Storm. Junge, hier fliegt alles, was der Mage im Repertoire hat an Damage Spades. Ruffy jetzt hier, Target of Choice steht auch voll in der Orb drin, kriegt auch noch ein bisschen Zeit-Damage hier von Combat Storm. Und was ist da passiert? Dwarfmage geht down! Und das ist das 1 zu 1! Aber Team Charter hier mit einem richtig guten Start in das erste Match hier gesetzt. Und Smogbomb schiebt auf den Warlock und der Warlock geht down und der Spiritling... Herzlich willkommen, Freunde, auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal möchte ich, bevor es hier weitergeht, fettes, fettes Dankeschön raushauen. Wir sind jetzt bei YouTube bei 100 Abonnenten. Für einige mag das keine große Zahl sein. Für mich ist es jedoch ein kleiner Meilenstein, den wir hier gemeinsam erreicht haben. Und ich hoffe, es werden noch viele, viele weitere Abonnenten folgen. Deswegen dieses kleine Intro hier vor dem VOD von dem Tournament am Sonntag als kleines Dankeschön. Und wenn ihr selber gerne mal an einem Tournament von mir teilnehmen wollt, dann empfehle ich euch auf jeden Fall in meinem Discord zu joinen. Link ist unten in der Beschreibung, genauso wie alle Socials und Kanäle, wo ich sonst noch so aktiv bin. Shoutouts nochmal an alle Teilnehmer und Zuschauer, die wir da hatten. Die ganzen Raids, Follows, die wir da reingeholt haben. Herzlichen Dank dafür und das war es jetzt erstmal von mir. Wir sehen uns sicherlich im nächsten Video. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Tournament. Alright, ich hoffe, das klappt jetzt alles. Gemischnis 1, wir spielen 3 gegen 3 alle Arenen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt in Runde 1 zum Preseason Tournament. Powerpuff Girls vs. Rudi, mach Platz! Ich bin gespannt, ich wünsche beiden Teams viel Erfolg. Let's fucking go! So, hier wird gleich ein Gate gestellt. Das Ganze wird vorbereitet. AMK springt rein, geht hier gleich Richtung Heiler. So wie es aussieht, haben wir auch einen Fist Reaver Heiler dabei. AMK geht hier schon gleich im Opener auf 50%. Dwarf Mage hier seine Mirror Images gezogen. Bisschen Death am Anfang. Icy Veins läuft und jetzt kann eigentlich der Damage fallen. Richard hier ganz entspannt hinten, hat die Wings laufen und hier sein Team nach oben. Janko, bisschen angeschlagen. Kann sich aber gut recovern. Claude jetzt hier den Holy Paladin und jetzt wird Damage gemacht. Rudi fast auch ein bisschen angeschlagen hier schon vom Damage. Aber AMK GT Low ist im Bash. Kann aber noch getoppt werden von Richard. Also bis jetzt noch sehr, sehr ausgeglichen. War natürlich ein krasser Start. Gleich den DH so auf 50% runter kloppen. Da swappt auch der Live Balken hoch und runter hier. Aber es sieht alles noch nicht so gefährlich aus an dieser Stelle. Hier, Chaos Nova vom DH in Triple Stun. Und jetzt wird Damage gepallert. Janko geht hier low. Und kriegt jetzt hier den Cocoon getraded von Ruffy. Und ist damit safe. Wie geht es weiter? Was ist der Plan? Fist Weaver ist natürlich auch eine merkwürdige Kombo, sage ich mal, in einem Jungle. Aber Jungle ist sehr, sehr stark momentan. Also ich habe es schon in Wargames getestet. Macht auf jeden Fall sehr, sehr Bock. Gerade auch, weil der Bleed Damage so krass ist. Und der AMK hier fast gestorben schon bei dem Go. Jetzt Janko droppt gefährlich low an dieser Stelle, wenn ich das mal so sagen darf. Und sittet hier in Bärform. Kriegt jetzt nochmal einen Stun rein. Und geht down. Erste Runde. Sieg für Powerpuff Girls. Wahnsinn. Die Runde ist noch nicht vorbei. Ich sage schon, die Runde ist gewonnen. Ich bin es so auf Shuffle gewohnt. Aber hier wird noch weiter Damage auf AMK gemacht. Die Runde ist natürlich noch nicht vorbei. Die haben immer noch eine Chance, hier einen zu töten. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist. Aber ich bin immer, ich bin so hängen geblieben im Shuffle. Das ist, dass einer stirbt Runde vorbei. Aber wir spielen ja drei gegen drei. Es ist best of three, genau. Das heißt, die Kanalwette, die du gleich machst, oder die du gerade machst, die zählt für das Gesamte. Nicht jede Runde, sondern für die gesamte Runde. Das heißt, brauchst du gleich nicht auflösen. Sondern erst, wenn die zweite Runde gespielt wurde. Okay? Immer noch in der selben Konstellation. Nicht großartig irgendwas geswappt. Beide Teams sind immer noch gleich. Und los geht's. Da werden die ersten Pollys gestartet. Aaron hier, aka Ruffy, geht gleich rein. Da kommt ein Double Leg Sweep. AMK geht hier richtig down im Opener. Das war am Anfang, in der ersten Runde sah das ähnlich aus. Aber dann kam so der Twist. Dann hat sich das so gedreht. So, Yanko hier auch. Sein Burst schön am Laufen. Incarnation ist an. Hat dann Cocoon und Dawn schon dran. Und jetzt wird erstmal Damage ausgeteilt. Schön die Bleeds stacken lassen auf den Gegnern. Dwarf Mage hier. Unter 50% hat Icy Veins an. Blinkt hier aber aus dem Gefahrenbereich raus. Resettet seine Cooldowns. Yanko geht schon wieder sehr low. AMK aber auch. Und, boah. Wäre da jetzt nicht der Netherwalk gewesen, dann wäre das wahrscheinlich Ciao gewesen. Wir haben auch kein Sacrifice mehr von unserem Paladin. Allerdings noch beide Melee Bubbles. Was natürlich auch ein übler Counter ist für einen Feral Druid. Das muss man sagen. Aber AMK hier schon wieder. Unter 50% Live. Yanko kriegt auch ein bisschen auf dem Dates. Jetzt wurde die Darkness getradet. Yanko muss jetzt hier aufpassen. Ist es das schon? Ist es vielleicht schon die Entscheidung? Und Yanko geht hier down. Das haben die nicht geschafft, hier nochmal irgendwie hochzuziehen. Den Druiden. Ach, du Jemini. Man darf das auch nicht unterschätzen, ne? Guckt mal rein. Der spielt... Spielt der Fire? Ist das Fire Mage? Der ist gar kein Frost... Ne, der ist Frost Mage, ne? Ja, der muss Frost Mage sein. Wird hier unten im Detail aber als Fire Mage angezeigt. Zweite Runde Pre-Season Tournament. Wir sehen hier auf der rechten Seite Team LSD mit Nessie als Resto-Shaman. Sauron als Lock. Was kann ich noch nicht sagen. Und wir haben hier Teleri auf seinem Feral. Und auf der anderen Seite sehen wir Buff Parlor mit Holy One. Dude HDF, meine Damen und Herren. Und Tauron. Und da wird nicht lang gefackelt. Die Tore gehen auf und es wird gleich in die Mitte gestürmt. Wir kennen das auch nicht anders. Bash into Clone. Versuch hier von Teleri auf Holy One. Dude HDF hat den aber rechtzeitig noch weggegrippt. Und jetzt wird erstmal... Werden die Damage Cain hier ausgepackt. Full Clone hier auf Holy One. Und... Junge, der Damage, der fliegt aber auch in beide Richtungen, ne? Ich sehe hier Teleri low droppen. Ich sehe Tauron low droppen. Dude HDF. Ist eigentlich ganz gut aufgestellt gerade. Erster Sacrifice jetzt hier raus im Game. Beide Melee Bubbles noch verfügbar. Und hier werden die Clones gespampt. Dude HDF. Wird jetzt erstmal rausgeschickt. Auf die stille Treppe hier. Muss den Clone full sitzen. Und jetzt wird weiter Damage geballert, ne? Also Tauro kriegt hier ordentlich einen mit von den beiden gegnerischen DPS. Und... So wie das aussieht, spielt Sauron Affliction. Und... Ja, wer das jetzt so ein bisschen verfolgt hat in den Wargames, in den Skirmishes, die wir jetzt so die letzten zwei Wochen alle gemacht haben, oder in den Battlegrounds. Der Vice Affliction ist gerade in einem sehr guten Zustand. Also... Da mit Damage-wise ranzukommen, was ein Affliction austeilt, das ist verrückt. Das kann man sich abschminken. Tauro hier! Fast in Execute-Range. Der hat richtig zu strugglen hier. Fängt sich nochmal ein Lasso von Nessie ein. Stormboard fliegt. Der Grip von Nessie mit rein. Und... Also Tauro und Teleri, ne? Das ist so... Ah! Und Tauro geht down! Teleri ist aber auch noch low. Da wird nochmal hinterhergeschlagen. Jetzt kommt der Spirit Link. Ich glaube, die Chancen stehen nicht mehr gut hier für Team Buff Parlor, um das Ruder jetzt nochmal rumzureißen. Aber das Game ist erst vorbei, wenn's vorbei ist. Nessies MVP. Junge, der Typ hat auch Fans im Chat, ne? Das ist ja unglaublich. Man, du drück die Tasten doller. Junge, der drückt, glaub ich, ne? Hier Dude-HDF auf Platz 2 damage-technisch. Kommt hier sogar, äh... Recht close eigentlich noch an den Affliction Lock ran. Also das ist damage-wise gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, fast Döller kann er die Tasten gar nicht mehr drücken. Ähm... Aber die geben nicht auf. Die haben Kämpferherz. Die haben Überlebenswillen. Die wollen das hier nicht einfach so auf sich sitzen lassen. Und gehen nochmal richtig in die vollen die beiden. Jetzt hier Knockback! Und das reicht nicht mehr. Holy One. Leider Line of Sight hier von Dude-HDF. Somit geht die erste Runde aus dem zweiten Match des heutigen Abends an Team LSD. Sehr gut gespielt. Und... Wir schauen jetzt gleich in die Rückrunde. So sieht's aus. So. Zweite Runde. Rückrunde hier. LSD gegen Buff Parler. Beide Teams. Gleiches Setup. Mal gucken. Also letzte Runde war wirklich knapp, ne? Der Feral und der Krieger waren beide sehr gefährlich low an dieser Stelle. Und mal gucken, wie es diesmal aussieht. Das ist eine bisschen bessere Arena, glaube ich. Gerade für die Heiler, weil da ist nicht so viel im Weg. Bisschen weitläufiger. Ähm... Eigentlich auch ganz gut für den Lock. Aber wir werden mal schauen, wie das hier das Ganze umgesetzt wird. Gate wird hier gejustt. Coil ist raus. Hat er da mit dem Coil den Bladestorm irgendwie... ...gecancelt? Und Tauruk ist hier! Ach du Scheibenkleister! Junge, das war eine schnelle Runde. Hatten wir ein DC dabei? Oder war der Damage einfach zu krass? Was ist denn hier passiert? Ach du Jemine. Junge, Junge, Junge. Die haben den... Also... Es scheint so, als hätte... Holy hier irgendwie keine Heilung rausgekriegt, ne? Kann man das irgendwie sehen? Alter, das war ja wild. Nee, Holy One. Drei Millionen geheilt. Carpathian. DisciPriest. SmittyDK. FrostDK. Und Shaqim auf dem Windwalker. Und die nennen sich The Walking Dead. Und die haben zu mir gesagt, die wollen jetzt hier... Team WhatWhatInTheBud, bestehend aus Deep End auf dem Rest of Druid... ...Dagoon auf dem Evoker und Worst Mage EU auf dem Frostmage auseinandernehmen. Kann das alles so passieren? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich hoffe, haben wir die Kanalwette jetzt eigentlich draußen? Ich glaube, die müsste laufen, ne? So. Es geht los. So, Shaqim geht hier low gleich am Anfang. Kriegt hier erstmal schön ein fettes Schild von unserem Preskill-traded. Der muss aber die ganze Zeit im Poly sitzen. Worst Mage EU hat den eigentlich ganz gut an der Kontrolle. Und was ist das? SmittyDK geht down! Ach du Jemine! Junge, was war das denn für ein Start? Junge, das ist ja wohl heftig! Was ist hier denn gerade passiert? Also ich wusste ja, dass Frostmage stark ist, ne? Aber was hier... Unser Evoker... Junge, das sind die höchsten Damage-Zahlen, die wir gerade überhaupt gesehen haben. Also der hat hier noch mehr Burst-Damage gezogen als der Affli in der Runde vorher. Ach du Scheiße! Erster Punkt hier für What-What-In-The-Bud! Dann hat er einen Heal-Evoker mit 550k DPS, der in unserem Team gewohnshottet hat. Der war Platz 2 im Damage und nach meinem Red... Jaja, ich habe auch schon Wargames gespielt mit... Ich glaube BDSF hat da Evoker gespielt. Das war auch geisteskrank. Die haben uns auch richtig Hauptsinn genommen. So, es geht los. Stun hier ist raus. Da kommt die Orb und der Eisregen vom Frostmage, um hier die Eislanzen-Stacks aufzubauen. Und jetzt wird der Damage reingeschäppert, ne? Shechem und Smitty Decay beide relativ eingeschlagen. Machen hier jetzt ein Go auf Deep End. Der hat auch den Karma-Touch vom Windwalker drauf. Der kriegt hier jetzt aber ordentlich einen auf den Dülz. Und kann ja das Ruder noch rumreißen. Der Monk geht aber auch low. Und Deep End geht aber auch noch low. Schafft es mir die Decay das jetzt noch zu toppen? Ach du Jemini. Das war natürlich... Ach du Scheiße. Der Damage ist wirklich nicht zu unterschätzen, den wir hier haben. Mann, Mann, Mann. Das ist ja echt wild. Junge. Also das hätte ich nicht erwartet. What what in the butt macht hier das Rennen ganz klar für sich fest. Und es scheint so, als wäre hier Deep Ends Team irgendwie Favorit für das Final, oder? Also das war schon wild, was wir hier jetzt gesehen haben. Feuersage läuft. Ich bin gespannt. Let's go. So, es geht gleich los. Dude grippt sich hier gleich den Heiler rein. Fury zündet seinen Burst. Bladestorm läuft. Da wird gleich auf den Heiler gekloppt. Die versuchen hier den Heiler wirklich aus dem Leben zu scheppern. Da kommt der Silence nochmal rein. Trinket wurde jetzt hier gejustiert. Und jetzt muss Holy One anfangen. Oh mein Gott. Junge, ich habe das gar nicht mitgekriegt. So, jetzt nicht hier die Fassung verlieren. Nochmal versuchen alles hier rauszuholen. Weil das kann sich noch jederzeit swapen. Holy One... Junge, Holy One schafft das trotzdem noch, sich hier nochmal zu toppen. Und Taugung noch mit. Junge, ich habe am Anfang gedacht, Carpathian wird hier aus dem Leben gescheppert. Und auf einmal BÄM! Wendet sich das Blatt. Aber jetzt geht Holy One auch da. Und Junge, ach du Scheiße. Guckt euch die Damage-Zahlen an. Ich habe auch das Gefühl, so weiter wir ins Tournament reingehen, und so mehr Matches wir sehen, die Damage-Zahlen steigen ins Unermessliche, in die Höhe. Junge, Smitty, DK und Shechem, Junge, die haben ja wohl mal richtig rausgekloppt hier die Runde. Aber Tauruk auch nicht schlecht. 600k DPS. Junge, Junge. Erste Runde geht hier am Team The Walking Dead. Buffparler gegen The Walking Dead. Wir drücken Buffparler natürlich die Daumen. Aber The Walking Dead, Junge, das war schon ziemlich crazy, was wir da gerade gesehen haben. Es war aber auch sehr, sehr close. Das muss man dazu sagen. Das war sehr, sehr close. So! Und es geht los. Holy One wird hier gleich am Anfang low gedroppt. Tauruk droppt hier auch low. Also Holy One hat hier richtig Schwierigkeiten, das Team aufrechtzuerhalten. Und es ist die ganze Zeit in Execute Range. Es fehlt nur ein kleiner Tick. Da wäre der Touch of Death durch. Bubble wird hier gezogen. Tauruk muss hier hochgetoppt werden. Aber jetzt kommen die Big Heels von Holy One. Der rettet hier sein Team. Und jetzt wird nochmal rumgeswappt. Shaqem, Smitty DK2. Beide low live hier. Carpathian zieht sich hier erstmal aus dem Geschehen ein bisschen zurück. Hat seinen Rupture laufen. Und jetzt kommt der Live Swap. Shaqem aber auch low. Muss jetzt hier sein Karma ziehen. Jetzt kommt nochmal eine Penitence durch. Und kriegen wir auch nochmal eine Ultimate zu sehen. Ich glaube, die wurde eben gerade abgebaut. Smitty DK! Gefährlich low hier in Execute Rage für den Fury Warrior. Kriegt hier nochmal ein Schild rein. Da kommt der Grip von Carpathian. Into Blinding Light. Into Silence. Und jetzt kommt nochmal ein Spinning Crane Kick von Shaqem. Und versucht hier nochmal den Damage ein bisschen umzuleiten. Und traint hier Holy One. Smitty DK geht aber in der Zeit down. Junge, so will ich das sehen. Habt ihr bisher ein spannenderes Game gesehen als das hier im Lower Bracket. Junge, es steht jetzt das erste Mal 1-1. Und es ist noch alles offen. Beide Teams können rausfliegen. Beide Teams können sich weiter bis ins Finale hocharbeiten. Und wir haben hier ein Swap. Wir sehen hier Smitty DK jetzt auf Smitty Priest auf dem Shadow. Wir sehen Carpathian, den Disci aus der Vorrunde jetzt auf wahrscheinlich Affliction Lock. Und Junge, wer war der andere, Digga? Ich kann mir die ganzen Namen nicht merken. Aber wir sehen hier JG, JJ, I don't fucking know auf dem Preservation Evoker. Und Junge, Alter, jetzt bin ich gespannt. Dieser Swap könnte hier nochmal das Ruder aber ganz anders rumreißen. Yo, Gate hier von Deathnut haut die Instable Affliction raus. Entermatic Shield wird hier getradet. Und Deathnut ist hier am Laufen. Muss aber aufpassen, hier nicht irgendwie aus der Heal-Range von seinem Heiler zu kommen. Mortal Coil ist raus. Und jetzt wird Heimsuchung sinnvoll. Jetzt wird alles rausgehauen, ne? Smitty Priest hier mit dem Grip auf Deathnut, um den da ein bisschen aus der Ecke rauszuziehen. Und immer noch Space. Die müssen aufpassen, dass sie immer noch Space zwischen sich bringen. Aber dann auch nicht Out of Range von ihrem Heiler laufen. Und momentan sieht es noch ganz gut aus für beide Teams, würde ich sagen. Lock gated hier ein bisschen nach hinten. Hat jetzt die Möglichkeit, Holy One zu C10. Der wechselt hier aber ganz schnell mal die Seiten. Hodge hier auf den Press-Evoker. Und jetzt kriegt das Nut hier richtig auf dem Deckel. Der Grip hier von JG. J-J, wie soll ich? Jaje. Jaje heißt er jetzt. Der heißt jetzt einfach Jaje. Taurok hier unter 50% Life. Kriegt hier aber richtig die Kippen jetzt reingeballert, Alter. Enter Magic Zone hier von DudaDF. Vorsichtshalber gestellt. Taurok, ja, die stehen halt nicht so wirklich drin, ne? Aber momentan hat Holy One das auch noch gut im Griff. Kriegt hier mit dem Sacrifice hier Taurok ein bisschen stabilisiert zumindest. Aber droppt jetzt selber mit dem Life gefährlich low an dieser Stelle. Jungs, was macht ihr bloß? Ich dachte wir machen hier ein richtig entspanntes Tournament. Und ich hätte ja niemals damit geregnet, dass das so spannend wird. Hier Dessnat! Fast gestorben! Meine Güte! Jaje kriegt ihn hier nochmal hochgetoppt. Wir haben auch in fünf Sekunden haben wir Vampir-Umarmung wieder von Smitty Priest ready. Reicht das aus? Wir haben auch immer noch einen Life Swap. Also defensiv eigentlich alles easy hier. Holy One hält sein Team auch auf Full Life. Das macht er sehr, sehr gut hier. Und Swap auf JG! Da muss Life Swap hier von Smitty Priest genutzt werden, damit der Heiler von denen nicht drauf geht. Vampir-Umarmung ist an und jetzt wird hier auf Smitty Priest Damage gemacht. Swap hier jetzt auf den Affliction Lock. Jungs, also was ist das denn bitte für ein Game? Eben noch Hau drauf. Jetzt hier Dot Cleave. Holy One hier mit Sicherheitsabstand. Kriegt jetzt hier den Stun rein von Smitty Priest. Dessna versucht hier vier zu craften. Kriegt das aber nicht hin. Ich muss mal hier mit der Kamera irgendwo hin, wo ich da ein bisschen mal mehr sehen kann. Hier sind dauernd Objekte irgendwie im Weg. So. Dude HDF hier droppt gefährlich low an dieser Stelle. Und Holy One schafft das aber den immer noch zu toppen. Aber irgendwann schafft einer der beiden Heiler das nicht mehr. Und das ist denn, wie bekannt, ja auch das Ende der Runde dann. Aber ich bin gespannt, welches Team das macht. Weil noch sieht das sehr, sehr ausgerechnet aus. Ich glaube aber, wenn wir Mana technisch uns das mal angucken. Holy One wird hier schon von den beiden Dot Klassen extrem geburnt. Da ist nicht mehr so viel Mana vorhanden. Dampening jetzt auch bei 13... Ist das etwa 13 Prozent? Ja, das ist 3 gegen 3, ne? Junge, Junge. Das ist hier echt... Death Knight kriegt wieder einen rein. Hat sich hier den Kick eingefangen. Wird jetzt nochmal von dem Heiler weggegrippt. Die DPS müssen hier hinterherlaufen. Silence hier auf den Heiler. Jetzt könnte das zu einer gefährlichen Situation hier ausatmen. Dude HDF, Tauro, Holy One. Das ganze Team bereits jetzt low. Und das könnt ihr jetzt, wenn jetzt nochmal eine Burst Session kommt, von der Dot Klief könnten die das Game hier für sich entscheiden. Melee Bubble bringt hier ja leider auch nicht so wirklich viel. Tauro, Mortal Coil hier, kriegt jetzt die ganzen Dots reingehauen. Und wir sehen auch JG wieder fleißig mit Damage macht. Ist noch bei so ungefähr 40 Prozent Mana. Holy One ungefähr bei 30. Und Tauro geht hier low, kriegt eine Melee Bubble getradet. Aber das bringt doch nichts. Oh mein Gott. Jetzt geht's los. Jetzt wird hier wirklich auf den letzten Metern... Jetzt wird alles nochmal rausgeholt. Wir sehen hier Smitty Priest. Der burstet da rein. Was... Junge, das ist doch einfach... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kommt der nächste Kars und der nächste Kars. Und jetzt kommt wieder der Swap. Tauro hier wieder halbwegs auf Full Life getoppt. Und der Sand ist jetzt hier in Execute Range. Und oh mein Gott. Das könnte es fast schon gewesen sein, ne? Jetzt kommt nochmal der Grip von Smitty Priest auf den Lock. Wurde denn von Dude HDF wieder zurückgegrippt. Silence jetzt hier auf den Lock. Blind auf den Evoker. Und... Da geht der Lockdown. Ach du Jemini. Ja, das war ja wohl... Also das... Gibt es ein spannenderes Game als das hier? Junge, das haut mich komplett aus den Latschen. Ach du Scheiße. Dude HDF holt hier tatsächlich mit seinem Team den Sieg und... Sichert sich halt den... Äh... Mir fehlen die Worte. Sichert sich hier den Platz weiterhin im Tournament. The Walking Dead ist raus. Ach du Scheiße, Junge. Die haben aber jetzt aber auch richtig einen rausgehauen, ne? Richard Ross auf den Holy Paladin. Der hat schon geisteskranke Moves heute Abend gebracht. Dwarf Mage auf Frost. Und am kaufen DH. Junge, das wird ein Game der Superlative. Ich bin gespannt, Junge. Let's fucking go. Die Games sind open. Der Mage blinkt gleich rein. Versucht hier gleich den Rogue rauszuholen. Der macht gleich einen Opener hier auf den Holy Paladin. Der zieht gleich seine Wings. Und es geht los. Dwarf Mage. Richard, Junge, der hat das einfach im Griff. Junge, die haben einen crazy Opener gemacht. Die haben das im Griff. Nights. Droppt hier unter 40% Life. Muss jetzt hier seine Deaths ziehen. Barkskin getradet. Tree ist raus vom Rest of Druid. Junge, der muss richtig pumpen jetzt hier. Um sein Team hier auf Vordermann zu bringen. Und das hat er auch hinbekommen. Und jetzt geht's wieder in die andere Richtung. Jetzt wird Team Hoos Charter zeigen, wie es denn aussieht auf der anderen Seite, wenn man mal ein bisschen Damage abkriegt. Hier ist Kick auf Dwarf Mage. Der nächste Kick auf Dwarf Mage. Jetzt sind eigentlich scheinbar alle Kicks raus. Jetzt hat eigentlich unser Frost Mage hier wirklich freie Bahn. Ibiza Knights geht hier wieder low unter 50%. Und da wird gleich nachgetreten, ne? Das ist so. Knopf wird hier erstmal aus dem Spiel genommen. Der muss ein bisschen hier als Schweinchen rumlaufen. Und wird dann nochmal in der Nova fest geroutet. Kann höchstens mit seiner kleinen Pistole da ein bisschen Schaden machen. Aber, Junge, Richard und Dwarf Mage AMK, die gehen jetzt los. Hier ist Smoke Bomb Kidney into Cheap Shot hier auf den DH. Hat ordentlich Damage gekriegt, schafft es aber noch rauszukommen. Richard hier jetzt am heilen. Junge, Adrenalinrausch ist an von unserem Outlaw, den wir hier sehen. Und, äh, die Age ist hier anscheinend, äh, the choice. Kriegt eine Melee Bubble getraded. Kriegt aber weiterhin Damage hier vom Ibiza Knights. Und, äh, ist immer noch low, ne? Knopf versucht hier, Richard rauszunehmen, damit er hier AMK nicht heilen kann. Kriegt dann auch nochmal, muss jetzt Bubble traden. Muss Bubble traden! Oh mein Gott, oh mein Gott. AMK hier ganz, ganz gefährlich low. Da muss auch der Netherwalk gezogen werden. Also, vielleicht wär Blur auch noch möglich gewesen. Aber das hält auch nicht den Damage vom, äh, Devastation Evoker ab. Das heißt, Netherwalk, guter Trade hier. War auch Pflicht. Cheap Shot hier auf Richard. Cheap Shot auf AMK. Jetzt wird nochmal Damage gepumpt. Kommt jetzt hier nochmal ein Gouch into DR Kidney. Äh, also der Parler wird hier versucht mit aller Macht rausgenommen zu werden. Kann sich aber selbst nochmal retten. Und jetzt Ibiza Knights und Knopf. Beide hier angeschlagen. Und jetzt kommt nochmal die Revenge hier vom Frostmage und vom DH. Die böllern jetzt natürlich hier den Schaden raus. AMK versucht hier ein bisschen, äh, zu traden. Knopf läuft, äh, hinterher. Geht so ein bisschen out of Rage von seinem Resto Druid. Äh, der hat aber momentan keine Probleme. Oder Probleme? Ibiza Knights zu heilen. Oh mein Gott. Und Ibiza Knights geht down hier. Ach du Jemine. So, wir gehen jetzt hier in die Rückrunde. Richados, Dwarf Mage AMK gegen Charter, Ibiza Knights und Knopf. Opener hier auf den DH. Die B hier von unserem Frostmage, um da ein bisschen den Damage zu stoppen. Dwarf Mage kriegt jetzt auch nochmal richtig gut einen auf den Sack. Junge, du musst hier schon innerhalb der ersten 20 Sekunden den Block traden. Und oh mein Gott, Trips Masters, vielen lieben Dank für deinen Prime Sub. Herzlich willkommen. Ozerian, auch vielen Dank an dich fürs Folgen. Junge, ihr seid einfach geisteskrank. Dankeschön dafür. So, let's go. Junge, der Opener war schon eigentlich relativ wild, ne? 20 Sekunden, da flog der erste Block vom Frostmage. So, jetzt werden Pollys angesetzt. Knopf wird jetzt hier ein bisschen rausgenommen. Und jetzt muss aber Gegendruck passieren, ne? Charter hat hier eigentlich seine Gruppe gut getoppt. Ibiza Knights ist jetzt hier Target of Choice. Richados muss jetzt aber aufpassen, weil der hat jetzt nicht nur sich, sondern auch AMK zu heilen. Kidney, hier auf den Heiler. Smoke Bomb zusätzlich noch. Und das wird für Richard jetzt richtig gefährlich, der muss aufpassen. Traded sich selbst eine Melee Bubble und muss jetzt sich und den DH toppen, damit der Druck nicht so hoch wird, ne? Charter oder das Team, who is Charter, hat das jetzt von der Heilung her doch eher ein bisschen besser im Griff als in der Vorrunde noch. Zumindest ist die Pressure auf jeden Fall auf der Seite von Powerpuff Girls. Junge, das war echt close. AMK hier wieder. Fliegt hoch. Geht erstmal dem Damage ein bisschen aus dem Weg. Haut dann von oben seine Bolts. Sind das eigentlich Bolts? So Demon Bolts? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ähm. Die machen eigentlich auch nicht schlecht Charden, ne? Aber Charter steht hier schön hinter... Man sieht es hier. Der chillt hier hinten am Pillar. Und... Ist schön auf Max-Range. Holt seine Trains. Toppt sein Team. Das ist echt gut. Vielleicht ist es mal notwendig, dass da auch mal ein Swap auf Charter gemacht wird. Aber... Auch dieses Hintenstehen und die ganze Zeit seine Leute toppen. Das frisst Mana. Auch das frisst halt Mana. Und momentan ist Richard eigentlich noch echt im Vorteil, ne? Hier Polly auf Charter. Ibiza geht hier fast drauf. Alter Schwede. Hat nochmal ein fettes Schild hier bekommen. Und da wird jetzt erstmal der Tree gezogen. Nature Swiftness auch raus hier vom Charter, um hier Ibiza Knights zu droppen. Knopf kriegt jetzt auch ordentlich Damage ab. Muss hier Evasion traden. Junge, der DH, der rastet hier komplett aus. Der chastet Ibiza Knights hier bis nach Narnia. Der versucht hier so mit dem Breath ein bisschen wegzukommen. Aber der Frostmage haut jetzt hier auch die Slows raus, ne? Also mit 4 mit Laufen ist er nicht. Und arm Karl. Der Junge, der ist wie so ein tollwütiger Hund. Der beißt sich da fest. Der will den heute noch tot sehen. Stun hier. Meine Güte. Dragon's Breath hier auf Knopf. Ein bisschen rausnehmen. Ich finde... Ich glaube, der Mage muss so ein bisschen... Nö, der hat das eigentlich guten Griff. Resetet hier seine Cooldowns. Der war schon deep drin, ne? Im Cleave. Frostbomb wird hier rausgehauen. Poly hier auf Charter. Full Poly. Jetzt Damage. Reicht das aus? Re-Poly hier nochmal zum zweiten. Und wir sehen nochmal ein Triple-DR-Poly. Ibiza wird jetzt erstmal rausgenommen. Melee-Bubble hier vor AMK getradet. The Hunt kommt jetzt raus. Breath hier von Ibiza Knights. Junge, Junge. Ist das spannend. Ist das einfach spannend. AMK ist hier. Die wollen den DH tot sehen. Und das andere Team will einfach den Evoker tot sehen. Habe ich das Gefühl. Junge ist das wild. Damage auf unseren Mage. Richard. Ach du Scheiße. Richard hat hier echt wirklich... Sitzt im Kidney. Hat ein bisschen Mana-Probleme gerade. Der ist wirklich kurz vor ausgelutscht. Und Charter. Ich weiß nicht, ob der das geschafft hat zwischendurch zu trinken. Junge, ich habe da auch gar keine Augen für darauf zu achten. Der hat aber auf jeden Fall noch ein bisschen Mana-Vorteil. Richard jetzt komplett oben. In 10 Sekunden wäre Sacrifice nochmal ready. Also beide Teams count quasi auf dem Zahnfleisch. Also es ist jetzt eigentlich nur noch Damage, was entscheidet. Da muss jetzt rausgekloppt werden. Hier nochmal Swap auf Charter. So, beide jetzt oben. Sacrifice ist jetzt raus. Er hat noch... Unser Parler hat noch Wings. Und wir haben hier nochmal Trading Quality von Charter. Aber viel ist da nicht mehr zu holen. Also beide Heiler komplett ausgelutscht. Und jetzt ist Survivability. Blur wird jetzt getradet von dem DH. Ist aber auch noch low der Ibiza Knights. Haut durch die Blur durch. Und... Amk geht hier down. Ach du Scheiße. Und jetzt... Das ist zum Beispiel eine der Situationen. Jetzt hätte quasi Dwarf Mage noch die Chance, hier einen von denen aus dem Leben zu knocken. Weil... Beide Heiler sind oben. Die können nicht mehr wirklich viel machen. Das wäre... Also noch ist nichts entschieden. Dwarf Mage tradet jetzt hier in den Block. Der Block hat auch dem Block das Talent geskillt. Das Leben regeneriert wird. Sepp hier auf Richard. Während er versucht zu trinken. Hat 25% Mana gekriegt. Aber Charter sitzt da hinten auch ganz entspannt. Und hat sich komplett vollgetrunken. Jungs, also ich glaube das ist jetzt entschieden. Ich glaube da kann man nicht mehr viel holen. Ja, Dwarf Mage jetzt hier down. Hat immer noch CD für seinen Block. Beziehungsweise Debuff. Und... Junge, da kann man auch mal applaudieren. Digga, was ist das denn für eine kranke Scheiße, Alter. Dieser... Also erst Powerpuff Girls. Jetzt Who is Charter. Beide eins zu eins im jetzigen Augenblick. Und... Junge, das heißt wir gehen jetzt noch rein in eine dritte Runde. Matchpoint für beide Teams. Ich kann... Chat, ich kann euch nicht sagen wer gewinnt. Ich weiß es nicht. I don't know. Ich... Hab hier keinen Favoriten ehrlich gesagt. Und... Ja. Wir werden sehen, was jetzt die letzte Runde bringt. Wenn ich die Kamera irgendwie hier gefixt kriege. Ich häng irgendwo fest hier an dem... Ah, an dem Pillar. Sehr gut. Hier, Opener auf den DH am Anfang. Kriegt einen Cheap Shot rein. Blind jetzt hier auf Richard. Geworfen von Knopf. Der geht jetzt aber erstmal schön in Polly. Darf jetzt hier ein bisschen sitzen. Dwarf Mage. AMK. Das hat Richard eigentlich sehr, sehr gut im Griff. Jetzt werden die aber so ein bisschen... Greedy. Da wird halt richtig deep reingedeift. Und Richard muss so ein bisschen hinterherkommen. Kriegt hier einen Cheap Shot von Knopf. Zum Glück kein Follow-up CC. Das heißt, hier passiert das. Und wir sehen doch ein Change. Der fällt mir aber jetzt erst aus. Ich weiß nicht, ob das letzte Runde genauso gewesen ist. Wir sehen hier Knopf nicht mehr auf Outlaw. Wir sehen ihn jetzt auf Asser Rogue. Ich weiß nicht. War das letzte Runde auch so? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber in der ersten Runde hat er auf jeden Fall Outlaw gespielt. Und jetzt als Asser unterwegs. Und Richard kriegt hier richtig die Hucke voll. Muss hier seine Bubble traden. Das ganze Team ist mittlerweile low. Und das ist natürlich Junge. Asser Damage plus Devastation Damage. Das ist hier jetzt keine Pony Range mehr, Junge. Hier muss Heilung und Damage getradet werden. Damit die Pressure aufrecht bleibt. Darkness hier gezogen von AMK. Richard versucht hier währenddessen das Team ein bisschen zu toppen. Charter wird jetzt hier auf 50% live gedroppt. Musste Nature Swift lösen. Und da kommt der Swap einfach. Der Swap einfach auf Richard. Und der wird einfach gekillt. Holy Shit. Was passiert hier? Junge, Junge. Was? Die haben es einfach entschieden. Junge, wir wollen das Tournament gewinnen. Wir gewinnen hier einfach die Runde. Junge, who is Charter? Einmal bitte die Kanalwerte auflösen. Who is Charter gewinnt hier gegen die Powerpuff Girls. 2 zu 1. Richtig stark performt von beiden Teams. Genau, Tadasch. Und Powerpuff Girls sind nicht raus. Die gehen jetzt ins Lower Bracket. So, 5 Minuten Zeit. Ihr könnt jetzt eure Kanalpunkte verwetten. Am Ende lösen wir das Ganze auf. Vorher ist ja gestimmt. Und ich wünsche beiden Teams viel Spaß, viel Erfolg. So, wir sehen hier Team Deep End. What, what in the butt? Mit Worst Mage EU auf dem Frostmage. Und Dagoon auf dem Devastation Evoker. Ja. Äh, gegen Team... Ich hab's gerade geschrieben. LSD. Nessie, Sauron und Tellari auf dem Feral Druid. Ist es eigentlich auch beide Teams in der nicen Konstellation? Ähm... Da bin ich echt gespannt. So, Sauron hier auf dem Affliction. Du hast hier schon mal ein Gate. Digga, das ist auch... Ich hab ja auch schon mal ein paar Mal Affliction Lock getriet, ne? Und ich schwöre dir, das ist die Hass-Arena für mich, wenn ich Affliction Lock spiele. Ich hab keine Ahnung, wo ich mein Gate hinstellen soll. Wo ich mein Port hinstellen soll. Ist einfach irgendwie komplett räumlich. Also, von mir aus kann diese Arena auch verschwinden. Aber andere schwören drauf und lieben dieses, äh... Diese Lordaeron Arena. Deep End geht hier jetzt erstmal schön von Tellari in den Klon. Der verteilt seine Dots. Und jetzt wird hier erstmal Pressure aufgebaut auf Dragoon. Der haut jetzt erstmal einen Sleepwalk raus. Und schickt die Katze in den Winterschlaf. Glacial Spike hier von Worst Mage EU. Auf den Affliction Lock. Klon wird hier nochmal gecastet. Jetzt wird der Mage erstmal rausgenommen. Low Klon. Die A4 nochmal auf Deep End. Der sollte jetzt eigentlich, was CC angeht, die nächsten 20 Sekunden auf jeden Fall frei sein. Dragoon Worst Mage. Beide Low. Nessie kriegt das ganz gut hin, hier das Team zu toppen. Und wir sehen schon, Deep End braucht sehr, sehr viel Mana, um hier das ganze Ruder rumzureißen. Hier kommt auch Tranquility von Deep End. Und Dragoon droppt hier down. Ach du Scheiße. Das hat leider nicht mehr gereicht, um hier den Devastation Evoker zu toppen. Und Nessie und Sauron. Also ich will auch gar nicht wissen. Wir gucken mal. Wir erhaschen kurz mal einen Blick ins Details, ne. Sauron und Tellari hier. Auch mit dem Top Damage unterwegs. Ach du Jemine. Da muss natürlich Dragoon und Worst Mage müssen nächste Runde, müssen echt nochmal einen drauflegen, um das hier rumzuweisen. Ansonsten nicht schlecht von beiden Teams. Wir gehen jetzt hier auch gleich in die Rückrunde. Aber wir haben hier schon mal einen Punkt für Team LSD. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und sehen jetzt hier die Frostmage-Fury-Kombi gegen Team Nessie. Weiterhin mit Affliction und Feral unterwegs hier. In der Knock-Hoot-Arena. Haben wir eigentlich eine neue Arena bekommen mit dem Addon? Oder fällt mir das gerade nicht ein? So, Opener hier. Gleich 4 into Stormbolt hier von Bangta. Der wird erstmal mit dem Totem erstmal auf die stille Treppe geschickt. Nessie macht das. Da werden wir sehen. Worst Mage EU muss jetzt hier ein bisschen... Äh... Junge, der ist ja fast down. Muss jetzt hier den Block traden. Reckt auch so ein bisschen hoch. Deep End immer noch im CC. Muss natürlich jetzt gucken, dass er... Sein Mage... Und sein Krieger! Ach du Sche... Uh... Was war das für ein Damage? Ach du Jemine. Junge... Oh... Damit habe ich nicht gerechnet. Game geht nicht mal eine Minute. Und die wurden einfach mit einem Zug überfahren. Junge, das war Dots aus der Hölle. Ein Lock sie zu knechten. Saurons Auge sieht alles. Ja, ist einfach so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch jetzt gerade angefangen... äh... Die Ringe der Macht zu gucken. Ich bin richtig amazed. Mir gefällt die Serie tatsächlich. Ich habe viel Schlechtes darüber gehört, aber mir gefällt die tatsächlich. Ja, wir redoen das Spiel natürlich, ne? Also ich weiß jetzt nicht, was da irgendwie verkehrt gelaufen ist. Äh... Aber das kriegen wir sicherlich geklärt. Oh, die sind doch da. Die sind doch da. Alles gut. Das Spiel läuft regulär weiter. Ja, war nur kleine Anzeigefehler am Anfang. Und... Junge, da wird gleich wieder reing... Ich... Ich sehe, die Tore gehen auf. Beide Teams reiten rein. Treffen sich auf einmal auf. Und dann wird in Cooldowns geschmissen. So sieht das für mich hier gerade aus. Dwarf Mage geht aber raus. Der hat da keinen Bock drauf. Auf diese Gruppenkusche hin. Und haut dann schön die Eislanzen von außen rein. Dude HDF kriegt die auch zu spüren. Äh... Muss hier... Ein bisschen aufpassen, ne? Richard hier wird reingegrippt. Nicht reingegrippt, aber... Ne, wer ist denn reingegrippt worden? Holy One, ne? Oder reingenockt. Ach du Scheiße. Junge, das und diese... Äh... Huh! Huh! Was ist da denn passiert? Junge, Team... Äh... Powerpuff Girls. Junge, die selber fehlt jetzt. Die selber auch richtig fehlt. Holy One sabotiert. Ne, kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist wenig. Männer! Let's fucking go. Vielleicht ist auch mal an der Zeit die Balkontür zuzumachen. Sonst kriege ich wieder Post von den Nachbarn. So, der Start ist ja schon mal gar nicht so schlecht hier. Holy One kriegt jetzt hier den ersten Polymorph rein. Und da wird gleich die Zone getradet. Gar nicht so verkehrt. Darkness aber... Die glaube ich auch schon, ne? Von... Von AMK. Also Trades hier auf beiden Seiten. Und Holy One hat diesmal einen besseren Start erwischt, ne? Der kriegt hier gut sein Team getoppt. Hat einen guten Abstand hier zum... Geschehen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und... Ja, Dude kriegt hier... Ist hier Target of Choice. Genauso wie Dwarf Mage. Und jetzt wollen wir mal sehen, was jetzt hier passiert, ne? So ist der Todes gesloten, ne? In solchen Situationen bin ich auch schon sehr oft als Mage befunden. Und das macht keinen Spaß. Weil genau das passiert. Du blinkst raus, du wirst reingegrippt. Scheiße. Erster... Das ist schon der zweite Block hier, den Dwarf Mage traden muss. Also Team Buff Parlor hat hier gut mal nachgesetzt. War nicht der erste? Ne, er hat den Block gejustet und gleichzeitig hier seine Vorbereitung gejustet, um den Cooldown zu resenden. Verstehe. Sorry. Erster Block hier getradet. Icy Veins sind jetzt ab. Jetzt müsste eigentlich mal ein bisschen Damage hier von Seiten von den Powerpuff Girls kommen. Und da sieht man auch, ne? Dude kriegt hier ordentlich einen mit, zieht hier sein Anti-Magic Shield, um ein bisschen Damage abzufangen. Es liegt ein Ring, es liegt ein Orb, es kommt ein Kometenhagel. Wo ist der Blizzard eigentlich noch? Dann haben wir alle AOE-Flächen hier liegen, die es gibt. Meteorfeu liegt da auch noch. Dude, ADF jetzt gefährlich low an dieser Stelle, wenn ich das mal so sagen darf. Und schwierig hier für Holy One ihn zu toppen, aber nö. Schüttelt er einfach so aus dem Handgelenk. Hodge hier auf Richard. Repentance wurde angecastet, kam aber bei Counterspell von Dwarf Mage. Der hat hier seinen Heiler im Blick und weiß ganz genau, wann er was zu tun hat. AMK jetzt, 50% live. Droppt ein wenig low, Dwarf Mage auch. Ebenfalls auf der Seite von Buff Parlor sieht es auch nicht besser aus. Und Dude, ADF geht hier down. Da kam die Melee-Bubble zu spät. Wir sehen es gerade. Holy One hat selbst die Melee-Bubble drauf. Ob es am Ende auch gereicht hätte mit der Melee-Bubble da irgendwie nochmal um das zu retten, weiß ich nicht. Aber, Junge, sehr, sehr stark gespielt. Auch hier Dwarf Mage, dass er dann immer den Heiler im Blick hat. Repentance gekickt hat. Sehr, sehr gutes Gameplay. Aber auch von beiden Teams. Aber nur ein Team kann hier weiterkommen. und ein Team muss uns jetzt leider verlassen. Ich bin gespannt. Let's go. Die verteilen sich. Die laufen einfach durch, durch sich gegenseitig, also gegenseitig durch. Ich sag jetzt erstmal gar nichts mehr. Genießt einfach das Spiel. Hier, erster Opener von Yanko auf Deep End. Ein bisschen Bleeds verteilen. Bash nochmal rauf. Und, äh, der Hunter ist hier auf dem Fury zugange. Frostbomb hier von Worst Mage EU gecastet. Avatar sehen wir jetzt hier vom Fury. Aber der ist gefährlich. Low Deep End muss jetzt hier wirklich mal pumpen. Um Bangta wieder auf irgendwie ein sicheres Lebensprozent hochzuheilen. Barkskin wurde hier getradet. Tree ist auch raus. Jetzt dürfte eigentlich erstmal in den nächsten 20 Sekunden nichts mehr sterben. Das sollte ein Druide abfangen können. Cocoon hier auf Rudi Wauwau von Ruffy getradet. Und, äh, Yanko ist drin. Yanko verteilt die Bleeds. Ruffy auch drin. Rudi Wauwau auch drin. Also, da wird kein, da werden nicht viele Meter gemacht. Da wird wieder auf, da wird eine Traube gebildet. Und einfach gottlos Damage rausgeballert. Und das ist natürlich aber auch richtig geil für den Frostmage. Weil der kann, wie man auch gerade sieht, hier seine Orb reinhauen. Und, ach du Jemini. Und das hat's auch gebracht. Yanko geht hier down. Das ist natürlich gegen so, ich glaube das war hier der Frostmage. Wenn wir mal aufs DPS Meter gucken. Ja, Worst Mage EU hier mit dem Top Damage unterwegs. Und wenn halt das komplette Team auf einen Haufen, äh, wenn du das siehst. Dass die da sitzen. Junge, dann schmeißt du da alles rein. Meteor. Combat Storm. Eisregen. Orb. Ring of Fire. Alles was es gibt. Und haust den Damage deines Lebens raus. Das spielt natürlich ein Frostmage sehr stark in die Karten. Und ich bin ein bisschen froh, dass das passiert ist. Weil wir haben wieder ein 1 gegen 1 geschaffen. Also, ne, 1 zu 1. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal in die dritte Runde. Und jetzt wird's besonders spannend. So, wir gehen rein. Matchpoint hier für beide Teams. Jetzt geht's wirklich um den Einzug in die nächste Runde. Wer jetzt gewinnt oder verliert, geht in die nächste Runde oder fliegt aus dem Tournament raus. Junge, ich wünsche beiden Teams geisteskrank viel Glück. Und wir werden sehen. Wir werden einfach sehen. Ist natürlich auch krass, ne. Dass da auch so viel, ne. Hunter und Farrell hier in Invis. Die laufen schon wieder so dicht aneinander vorbei. Aber die sehen sich nicht. What the fuck ist da los? Janko ist wie von einer Biene gestorben. Versucht die Deep End zu finden. Ist das krass. So, Charge hier auf Janko von Bangta. Stormboard fliegt. 4 ist auch raus. Deep End hat erstmal einen schönen Kick gefressen. Und jetzt geht's los. Alle stehen wieder auf einem Haufen. Orb. Eisregen. Meteor. Combat Storm. Junge, hier fliegt alles, was der Mage im Repertoire hat an Damaged Spades. Fliegt er raus. Und jetzt sehen wir hier die... Junge, Sperrfeuer. Ist das Sperrfeuer? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Deep End sitzt hier in der Bedrulle. Muss hier Barkskin traden. Sitzt auch im Tree. Ring of Frost hier auf Janko. Der zieht jetzt aber erstmal einen Trinket. Nee. Wurde Dispade. Entschuldigung. Sehr gut. Und Deep End schafft es aber trotzdem sich zu toppen. Bangta jetzt hier. Target of Choice von Rudi macht Platz. Und die sticken an dem. Das ist wie so ein Rudelschakale, Junge. Die beißen sich da richtig in der Kniekehle fest. Und Rudi Wauwau, man sieht es, der muss turteln. Der kommt da nicht raus aus dem Geäst. Was man aber sagen muss, es ist halt eine gute Aktion. Also für den Frostmage ist das natürlich ein geiles Setup. Der kann da richtig rausböckern. Aber der sieht auf dem Damage Meter, ist der gar nicht so krass vertreten. Er resettet jetzt seine Cooldowns. Ring of Frost wird auch nochmal rausgehauen. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. So, Yanko wieder in Cat Form. Vier hier erstmal schön defensiv gezogen von dem Fury Warrior. Und Rudi Wauwau ist jetzt richtig... Oh Junge, das war knapp. Er hat ein Kuckoo nochmal in der letzten Sekunde getradet hier. Wir haben keine Turtle mehr bei Rudi Wauwau. Und Deep End geht down! Da kam der Swap! Deep End geht down! Ach du jemine Junge, wer hätte damit denn gerechnet? Also die Turtle, ich glaube die musste sein. Ich glaube die musste sein. Die Fettfinger Turtle würde ich nicht sagen. Die musste sein. Junge, Junge, Junge. Was für ein geisteskrankes Matchup. Die Jungs sind heiß. Die machen keinen Spaß. Also ich glaube, heute machen die keinen Spaß. Da ist Spaß vorbei. Hier wird jetzt ernsthaft reingekloppt. Weil es geht ja um den Sieg vom Tournament, ne? Dwarf Mage Ultras. Junge, Junge, Junge. Na let's go, let's go. Der erste Polly wird hier gecastet. Die beiden Sterne noch Invis. Rakes dann hier auf AMK. Kriegt jetzt hier auch schon gleich das Schnellfeuer. Ich hab's wieder. Schnellfeuer rein von unserem Marksman. Und Ring wird hier erstmal gelegt. Wir haben auch wieder ein Frostmage dabei. Jetzt wo man mal so drauf achtet. Hier Polly auf Ruffy. Und fängt sich jetzt hier erstmal den Silent Shot vom Hunter. Hunter. Und es wird weiter Damage verteilt. Beide Teams ist noch ausgeglichener. Yanko ist jetzt hier Target of Choice. Kriegt ordentlich ein bisschen Damage rein. Jetzt kommt aber der Burst, ne? Mage haut alles raus. Meteor, Combat Storm, alles mögliche ist hier drin. Yanko muss jetzt echt aufpassen. Swabbt auch in Bear Form. Hat seine Regeneration gezogen. Kann aber auch easy getoppt werden. Ab in Cat weiter Bleed Damage verteilen. Rudi Fass steht mir für meinen Geschmack ein bisschen zu dicht drin als Marksman Hunter. Ich glaube der hätte vielleicht ein leichteres Leben. Und Yanko geht hier fast down. Oh mein Gott. Execute Ranch und Dwarf. Was ist da denn passiert? Was ist da denn passiert? Die Powerpuff Girls, Junge. Digga und ich sag noch am Anfang so. Neue Metacom und so. Was ist denn mit den Powerpuff Girls nicht in Ordnung? Ey. Crazy. Erster Punkt hier an die Powerpuff Girls. Wir gehen rein in die Rückrunde hier. Beide Teams sind noch gleich. Wir haben hier Meta Fist Weaver Jungle gegen die Powerpuff Girls. Und ich bin gespannt ob wir jetzt nochmal ein 1-1 sehen. War der Stift schon am Malen? Der war nicht nur am Malen. Der war alles voll. Was sagt ihr das? So. Aber das soll jetzt erstmal nicht Thema sein. So. Yanko kriegt hier wieder ordentlich einen rein. Sittet im Bear. Hat alles ab. Rudi kriegt auch ordentlich Damage ein. Kukun muss hier getradet werden. Und Richard hat hier sein Team ganz gut im Griff. Also da kommt auch ein knackiger Burst. Frostmage. DH. Gucken wir bitte ins Details. Junge. Bei so einem Druck da musst du auch erstmal Stand halten. Da musst du Heiler auch erstmal gemanagt kriegen. So. Jetzt geht's weiter. Ruffy hat das hingekriegt sein Team wieder auf Vordermann zu bringen hier. Alle sind einigermaßen getoppt. Chaos Nova geht jetzt rein. Das heißt wir haben jetzt keine Heilung. Hier Damage auf Yanko wieder. Der verteilt weiter Dots. Polymorph jetzt hier auf Ruffy. Muss. Ne. Trinket hat er noch nicht gezogen. Wurde wohl gebrochen. Kann ich gar nicht sagen. Aber Richard hat hier irgendwie. Ne. Ich bin. Also man könnte munkeln, dass die Powerpuff Girls hier so ein bisschen dominanter unterwegs sind. Auch in der Runde. Ähm. Weil da kommt ja ein Damage. Ne. Dwarf Mage jetzt. Gefährlich. Low. Muss hier seinen Dragon's Breath rausholen. Darkness wurde ebenfalls getraded. Dwarf Mage hat versucht. Äh. Dwarf Mage hat versucht wieder zurück zu blinken in die Darkness. Steht da jetzt auch eigentlich sicher drin. Ist aber ausgelaufen. Und kriegt hier weiter den Damage rein. Und. Oh mein Gott. Muss den Block jetzt. Äh. Hat er den Block geused und gecancelt? War das sein zweiter Block? Ich hab gar keine Ahnung was bei seinen Cool da und es abgeht. Aber es sieht aus als hätte Dwarf Mage jetzt keinen Block mehr. Das heißt das ist jetzt die Zeit um dort anzugreifen. Währenddessen Ruffy tradet hier Cocoon auf Yanko. Der muss getoppt werden. Äh. Das ist auch echt eine Schwierigkeit. Ne. Man muss hier die Bleeds abhalten. Und dann die ganze Zeit den Damage von einem DH und einem Frost Mage tanken. Das ist schon wild. So. Ruffy jetzt hier. Target of Choice. Steht auch voll in der Orb drin. Kriegt auch noch ein bisschen Zeit-Damage hier von den Combestop. Und. Was ist da passiert? Dwarf Mage geht down. Und das ist das 1 zu 1. Oh. Mein. Goodness. Also ich. Ich. Ich hab ohne Scheiß. Ich hab so innerlich. Hab ich so gedacht so. Bitte Team. Äh. Rudi. Bitte Team Rudi. Mach das jetzt. Komm. Sorgt für ein spannendes Game. Und ich seh einfach nur wie auf der rechten Seite des Bildschirms das live droppt. Aber das Team von Richard. Die Powerpuff Girls sind die ganze Zeit full live. Ich hab schon ein bisschen Schoss. Äh. Schiss. Also das kam jetzt sehr sehr krass. Äh. Eieiei. Eiei. Das war echt. Sekunde nicht geguckt. Puh. Vorbei. Einfach vorbei. Ich glaube. Für. Zu den beiden Teams muss ich gar nicht mehr viel sagen. Ich glaube ich hab das in den letzten beiden Runden alles mitbekommen. Junge. Einfach krass. Hier. Powerpuff Girls auf der linken Seite. Junge. Die haben erste Runde richtig rasiert. Dann kam Rudi macht Platz mit ihrer Fist Weaver Jungle Comp. Die haben die zweite Runde für sich entschieden. Und jetzt geht es wirklich um den Einzug ins spätere Finale. Ja. Irgendwie so. Und ähm. Dann werden wir sehen. Dann werden wir echt sehen. So. Es geht los. Arm Kachil. Unser DH. Target of Choice. Genauso wie Yenco auf der anderen Seite. Yenco hier gefährlich. Low an dieser Stelle. Junge. Da wurde nochmal in der letzten Sekunde ein Cocoon getradet. Junge. Sonst wäre da Feierabend gewesen. Aber so. Kann das doch nicht zu Ende gehen. Jetzt hier der Swap of Dwarf Mage. Beide Blocks sind noch ab. Alles gut. Der hat noch ein bisschen Luft nach oben. Yenco. Hier. Junge Yenco. Der muss auch den ganzen Damage tragen. Junge. Das ist doch einfach nicht mehr normal. DH fliegt jetzt hoch. Holt sich ein bisschen Abstand. Äh. Von dem ganzen. Gedamage. Und kann auch wieder getoppt werden. Hier von Richardos. Dwarf Mage. Jetzt wieder hier. Target of Choice. Versucht hier die Pollys rauszubringen. Full Polly hier auf. Äh. Ruffy. Ähm. Wurde er gebrochen? Trinket. Display. I don't know. Ich weiß es nicht. Welcher. Display auch. Ähm. So. Feil. Da liegt alles auf einem Haufen. Darkness. Feilregen. Orb. Eisregen. Meteor. Combat Storm. Da wird auch einfach jede AOE-Fähigkeit, die in diesem Spiel existiert, wurde da auf diesen Haufen gekloppt. Junge. 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 Alter. Ist das eine wilde Sache. Gibt es danach noch ein Tournee? Ne. Also das ist für heute das Tournament. Aber es wird in Zukunft, wenn die Season gestartet ist, regelmäßig Tournaments am Wochenende geben. Die werde ich aber auf meinem Discord, Ausrufezeichen Discord in den Chat, rechtzeitig ankündigen, bevor sie stattfinden. Da wisst ihr immer wann, wie, wo und warum die stattfinden. So. Janko hier. Junge. Der ist auch permanent auf 70-50% live. Das ist immer so ein schmaler Grad, auf dem er sich bewegt. Er sittet jetzt hier im Bear, um ein bisschen Damage wegzutanken. Und jetzt kommt der Stun hier. Hunter und Feral beide im Damage trennen. Und Janko, der muss wieder in den Bear Swap, ne? Also der Druck ist momentan wirklich so krass. Alter, das ist ja nicht mehr normal. Und der ist jetzt fast in Execute-Range. Schafft er das noch? So, ich jetzt nochmal volltauben und Janko geht down. Junge, Janko geht down gegen den Frostmage und den DH. Ich kenne Dwarfmage von der Raststation. Oh je, ich will gar nicht wissen, was ihr da gemacht habt. Was eine Runde, was eine Runde. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Guck mal auf das Mana von beiden Heilern. Also viel, viel länger hätte das Match auch gar nicht laufen können, ne? Teleri auf dem Feral Druid. Und wir haben Sauron auf dem Affliction Warlock. Junge, Alter, wenn es nicht eine krassere Konstellation gäbe, dann weiß ich auch nicht. Junge, Junge, Junge. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es hier anfängt und auch wie es aufhört. Zapp hier auf Nessie, Geroad, auch mit gleich rausgeballert. Dots werden verteilt. Teleri, Sauron, gleich am Anfang droppen die. Nessie ist jetzt raus aus dem CC. Hat das Healing Tide schon gezündet. Sauron, beide Def-Kudons, schon so early getradet. Teleri hier 70%. Leint so ein bisschen seinen Heiler. Ja, die haben so vielleicht nicht die beste Absprache, so wie es zumindest gerade aussieht. Aber Team Charter hier mit einem richtig guten Start in das erste Match hier gesetzt. Und Smoke Bomb schiebt Schatz auf den Warlock. Und der Warlock geht down und der Spirit Link kommt nicht zur richtigen Zeit. Ei, 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 Junge. Was haben die da gerade gemacht? Was hat dieses Team da gerade gemacht? Junge, was ein Auftakt. Aber, Leute, lasst euch davon jetzt nicht beirren. Das war das erste Game. Wir spielen Best of Five. Das heißt, das erste Team, was drei Wins hat, kommt weiter. Vorher ist noch gar nichts entschieden. So, zweite Runde startet. Alles beim Alten. Beide gleiche Team-Konstellation wie auch in der ersten Runde. Und ich bin mal gespannt, was hier Team LSD als Antwort übrig hat für Who is Charter? Wer ist eigentlich Charter? Weiß das jemand von euch, Chat? Let's go. Knopf hier gleich mit dem Breath. Der kriegt ordentlich Damage rein im Opener. Muss gleich sein Cloak traden gegen die Dots hier von unserem Affliction Lock. Und wer weiß, hat er geskillt, dass die Bleeds auch weggehen? Wahrscheinlich, ne? Wäre klug. Das heißt, Knopf jetzt hier erstmal sicher. Chillt auch erstmal. Im Klon. Cheapshot hier auf Nessie. Kommt da noch ein Follow-up CC. Nochmal zweiter Cheapshot. Into Sleepwalk. Sehr gut gespielt hier. Was für ein schöner CC. Was für ein schönes CC-Layering. Neues Wort, habe ich gelernt. Ah! Ah! Was machen die? Was ist denn da grad passiert? Die haben einfach ein Setup gemacht. Boots. Saurauern aus dem Leben gewürfelt. Bei Herr der Ringe ging das nicht so leicht. Vielleicht hätte man damals, anstatt Gandalf und die Gefährten anzurufen, vielleicht einfach mal hier Who is Charter angerufen. Dann wäre das alles zack, zack. Aber dann wäre nicht so viel Unterhaltung da gewesen. Junge, 2-0 hier für Team Who is Charter. Subrogue, meine Damen und Herren. Der erste Subrogue im Tournament. Ich bin amazed. Richtig geiler Swap hier. Ob das am Ende reicht, werden wir sehen. Aber, let's fucking go. Subrogue auf jeden Fall deutlich tankiger als ein Feral, würde ich schon mal sagen. Gerade auch mit den Double Vanishes. Ist schon big, ne? Gerade auch mit Duel. Der spielt auch mit Duel. Von der Schippe springen, da hast du schon echt knackigere Defensives. Aber wir werden sehen, ob die Utilities hier was bringen. Die, aber ich glaube hier Team Who is Charter ist scheißegal, ob das ein Feral ist, ob das ein Rogue ist. Der ist einfach Target. Junge, Junge, Junge. Shadowblades laufen. Knopf hier mit dem Vendetta jetzt hier auf Sauron. Kidney Bomb Trinket Port von Sauron. Sehr gut gelöst. Just jetzt hier auch nochmal das Gate. Nessie im Cheapshot. Nochmal im Geroad Silence. Uff. Junge, da kannst du nichts machen. Beide Trinket raus. Sheepshot. Geroad. Geroad auf den Log. Ciao. Ach du Scheiße. Wir haben nicht mal eine Minute gespielt, ne? Ah, schade. Schade. Aber das ist jetzt eine Ansage, ne? Hier geht's wirklich um den dritten Platz des heutigen Tournaments, ne? Wir sehen hier auf dieser Seite Team LSD in der Konstellation, wie wir es auch ursprünglich kennen. Und auf der rechten Seite die Powerpuff Girls. Die haben noch kein Swap gemacht hier im ganzen Tournament. Die ziehen das eiskalt so durch DH, Frostbridge. Junge, und die haben damit auch Erfolg. Die haben damit einfach Erfolg. Auch wenn wir im Lower Bracket sind. Aber das rasieren die. So. Ring of Frost liegt hier schon. Polly auf den gehotschten Nessie hier. Und jetzt muss natürlich der Damage kommen. Sauron ist hier wieder Target of Choice, ne? Also, ne? Affliction ist halt auch so scheiße scary, dass du dir das eigentlich nicht erlauben kannst, nicht auf den zu gehen, ne? Das ist auch einfach so. Und wenn dann halt der Feral ein bisschen Zeit-Damage mit abkriegt, so von Seite mäßig, dann ist das vielleicht auch noch ganz gut. Aber Nessie hat das hier im Griff. Nessie kennt hier seine Pappenheimer und toppt hier seine Gruppe. Richard aber auch mit seinem Team sehr stabil unterwegs. Also, da sieht das Ganze natürlich schon ein bisschen eingespielt aus. Teleri hier mit dem Clone auf den DH. Spirit Link wurde hier gezogen, um es auch nochmal zu toppen. Sauron aber hier Top-Damage. Und das ist nämlich genau das Gefährliche. Lässt du diesem Lock nur eine Sekunde da seine Dots verteilen und seinen Burst rausprügeln, denn ist quasi schon fast Game Over. Also, da dann wieder rauszukommen. Und da müssen erstmal fette Cooldowns getradet werden. Sauron hier. Immer noch Target of Choice. Ja! Die wollen nicht, dass der Schaden macht. Junge, das ist auch irgendwo gemein, aber gerechtfertigt. Petropen. Scheiße, ich hoffe, ich spreche den Namen Peter Pan, Digga. Ich bin auch geistig verwirrt, zurückgeblieben. Das musst du mir verzeihen. Peter Pan. Junge, Dankeschön für deinen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Lenkt er mich ab? Ich habe das nicht gesehen. Der Lock ist tot. Sauron. Was ist denn mit Sauron? Warum töten die den immer? Das kann doch nicht wahr sein. Junge, die haben auch Geisteskrank C10, ne? Nessi, ich sehe den auch nur. The Hodge. Polly. Klon. Ne, das hört ja gar nicht auf. Der Klon ist er wahrscheinlich nicht, aber... Ihr wisst, was ich meine. Junge, erste Runde geht hier an Team Powerpuff Girls. Junge, das ist kein Team, was es zu unterschätzen gilt. Und... Sollte, ne? Wir spielen hier in Best of Five. Das war jetzt die erste Runde. Sollten die Powerpuff Girls... I don't know. Ich glaube, Team LSD hat immer noch irgendwo ein Ass im Ärmel. Aber sollten die Powerpuff Girls einziehen, Junge, dann kann... Who is Charter? Kann sich aber mal richtig warm anziehen, ne? Let's go, let's go. Dwarf Mage, Blackrock. Geil. DB Polly hier auf Nessi. Klon nebenbei hier auch auf den DH. Und Dwarf Mage droppt hier. Richtig low kann hier aber nochmal gut gerettet werden von Richard. Junge, der hat einfach das Auge dafür. Der sieht das einfach. Teleri hier. Target of Choice versucht hier so den ein oder anderen Klon nochmal rauszubringen. Kriegt hier jetzt den Stun rein. Wall Totem steht auch. Zum Vorteil von Sauron. Beide Deaths aber schon raus. Gated hier nochmal. Ne, 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 used sein Port. Um hier ein bisschen rauszukommen. Wall Totem steht da noch. Ist jetzt langsam ausgelaufen. Sauron kriegt richtig... Sauron kriegt richtig auf die Mütze, Junge. Das könnt ihr doch nicht machen. Nein! Sauron geht down! So, wir gehen rein für Mordor, Junge. Rein in den Grind. Let's go. Matchpoint. Powerpuff Girls. Junge, gleich. Zack. Klon. Counterspell von Dwarfmage. Gleich wieder. Open up. Halbwegs für den Moors. Wieder Klon angesetzt. Weggeblinkt. Scheiße, Alter. So ein Feralife ist echt nicht easy, ne? Nächster Klon. Kick vom TH. Oh Gott. Ich will mit ihm nicht tauschen. Ganz ehrlich. Das ist doch geisteskrank hier. Jetzt ist er durch. Ich guck grad. Ja, war die A-Klon, glaub ich. Scheiße, Alter. Der spreader einfach Dots, Junge. Mach das Beste aus dem, Junge. Das ist ja widerlich. Ja, widerlich. So. Tellari hier. 50% live. Geht rein, Junge. Hau AMK weg. Darkness muss getradet werden. Sehr gut. Wichtiger Cooldown. Zack. Weitermachen. Nicht aufhören. Nächstes Target. Klon hier auf Dwarfmage. Sehr schön. AMK ist low. Muss jetzt hier in der Midi-Bubble getradet werden. Die wird instant gepurcht. Und dann kommt der Low-Klon. Der kommt aber leider eine Millisekunde zu spät. Da konnte Richard nochmal toppen. Klon Swap jetzt auf Richard. Der sitzt noch im Klon. Jetzt wird Damage gemacht. Junge, Tellari. Ich hab das richtig im Gefühl. Tellari haut hier jetzt. Der macht den Damage seines Lebens, glaube ich. Und Sauron knallt auch nochmal alles raus, was der hat. Wird jetzt hier aber richtig heftig in die Mangel genommen. Spirit Link wird getradet. Hier für Ding. Insane Pressure. Den Dwarfmage und AMK hier raushauen. Klon auch auf Dwarfmage, um das Ganze so ein bisschen zu entschärfen. Und vielleicht ist das auch nicht die schlechteste Taktik. Hier die Leute rausnehmen und dann ab und zu mal den Klon swappen auf den Heiler, um dann richtig Pressure aufzubauen. Sauron kriegt wieder richtig einen rein. Nessie muss das Ganze abfangen. Fängt sich hier aber den Polymorph an von Dwarfmage. Und Sauron immer noch low. Immer noch low. Und das wird immer gefährlicher. Und er hat noch einen Dark Pact. Er versucht das natürlich bis aufs Letzte rauszuzögern. Hodge hier nochmal auf Nessie. Und wenn jetzt nicht getradet wird. Sauron geht down. Sauron geht down, Junge. What the fuck? Fuck. Ach du Jemini. Junge, aber also... Ja. Wir lachen alle über die Powerpuff Girls. Aber am Ende rasieren die hier das ganze Tournament, hab ich das Gefühl. So. Jetzt geht's los, Junge. Wir haben hier... Ich brauch's dir euch nicht vorstellen. Es ist alles klar. Wir haben Linkseite. Who is Charter? Charter auf dem Rest of Druid. Ibiza Knights. Devastation Evoker. Knopf auf dem Asser. Gegen Powerpuff Girls. Arcan Mage diesmal. Aha. DH und Holy Paladin. Ich bin gespannt. Let's go hier. Erster Go. So ein bisschen auf AMK hier. Ibiza Knights kriegt ordentlich einen mit. Kann aber gut getoppt werden hier von Charter. Bugskin wurde schon gezogen. Swap hier auf Knopf. Knopf 50% Live. Dwarf Mage auf. 50% Live. Temporal Shield ist ab. Kann ein bisschen Damage hier wieder gut machen. Durch sein Shield wird alles geheilt. Und jetzt werden die Arcanen schläge gespammt, Junge. Arcan Mage ist halt auch geisteskrank, Junge. Was geht hier eigentlich vor sich? Mirror Images auch gezogen. Vendetta wurde auch schon geused. Knopf hat Gott sei Dank noch Evasion und Cheat Death ready. Als Dev CDs. Und eine Minute noch. Dann hat Charter auch wieder seinen Barkskin ready. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Einige Cooldowns am Anfang schon zu traden. Aber ich glaube, die Matches werden jetzt ein bisschen länger gehen. Oder vielleicht auch nicht. Richard. Live gedroppt. Hier fast 50%, 60%. Dwarf Mage auch auf 75%. AMK auch auf 50%. Jetzt wird hier gekleaft, Junge. Dieser Asser Rogue cleaft hier alles voll. Ibiza Knights. Tut das Gleiche. Und wir sehen auch im Details. So das Damage von dem Team von Hues Charter ist momentan auf dem Höhepunkt. Aber man darf beim Arcan Mage auch nicht unterschätzen. Der hat einen geisteskrank starken Burst. Und das ist das, was am Ende halt auch die Siege holt. Kidney. Smokebound hier von Knopf auf AMK. Kann aber rauskommen. Ist eigentlich nicht so gefährlich gewesen. Aber starker Go. Und jetzt das ganze Team droppt wieder. Junge, da ist alles voll gebleedet. Überall fliegt Damage durch die Gegend. Richard hat richtig Probleme. Jetzt hier sein ganzes Team wieder auf dem grünen Zweig zu kriegen. Versucht hier so ein bisschen zu leihen. Muss sich selbst rechnen. Kommt Ibiza Knight mit dem Breath vorbei. Haut da nochmal einen kleinen Timestop rauf. Dass Richard auf jeden Fall ein bisschen delayed ist in seiner Heilung. Und... Junge, Junge, Junge. Darkness wurde getradet. Knopf jetzt hier. Als Target. Droppt hier low. Charter. Zieht hier. Sitzt in Treeform. Haut hier seine Trance raus. Die werden... Dragon's Breath. Ring of Frost wurde leider gekickt. Junge, das wäre auch crazy, ne? Den Druiden plus die Trance einzuringen quasi. AMK rettet sich nach oben. Und... Richard geht down. Richard ist tot. Junge, da kam das... Der... DH fliegt hoch. Ach du Jene. Was ist hier da los? Was? Passiert hier? Mein Schuh ist gerade aufgegangen. Ach, die Scheiße. So. Junge, erste Runde hier. Geht an Who is Charter. Also... Junge, Alter. Es war echt paar mal knapp. Aber... Also das ist halt auch... Der Mensch ist halt auch einfach... Der ist wild. Der ist... Anders wild. So. Rein in die zweite Runde vom Grand Final heute. Und... Ich bin gespannt. Mir schafft das hier Team Powerpuff Girls einen Ausgleich zu machen. Also ich weiß... Es war knapp, ne? Ibiza hat gut gefressen. Knopf hat auch gefressen. Ähm... Am Ende wurde es halt durch... 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 So viel Pressure dann entschieden. Aber ich glaube das kriegen die auch hin. Dwarf Mage hier auch auf Orkan wieder unterwegs. Diese Runde finde ich eigentlich nicht schlecht. Spiel ich persönlich auch lieber als Frost Mage. Riccardo! Junge, der wurde... Da kam wieder der Swap. Der musste babbeln. Wings sind auch an. Junge, der hat richtig zu kämpfen hier gegen das Matchup. Auch diese Swaps immer wieder von DPS low bringen. Denn Swap auf Heiler, sobald Defensive geused werden. Da musste er erstmal vorbereitet sein drauf. Junge, Kidney, Bash, Smokebomb. Richard hier richtig low am droppen. Kann er sich nochmal toppen hier. Amk legt nochmal eine Darkness für Richard. Gerold, Silenced nochmal hinterher. Junge, Alter, wie willst du dagegen ankommen? Er schafft das aber trotzdem sich am Leben zu halten. Hier Melee Bubble musste getradet werden. Dafür ist aber auch kein Vendetta mehr da. Das heißt, die größte Gefahr vom Rogue ist jetzt erstmal raus. Was aber nicht heißen soll, dass er nicht noch mehr Pressure kommen kann. Kingsbane ist in 8 Sekunden wieder ab. Das heißt, auch nochmal ein richtig fetter Damage Cooldown da. Amk hier ein bisschen angeschlagen. Aber noch nicht gefährlich. Richard hat jetzt erstmal von der Eingangshalle zum mittleren Pillar geswappt. Vielleicht ein bisschen mehr Chance zu haben, zu entkommen. Hier geht auch mal. Der versucht aber auch im ruhigen Abstand zu stehen. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Knopf hier wieder unterwegs. Step Blind auf Richard. Und jetzt Ibiza frisst jetzt hier richtig Damage. Und Charter muss jetzt pumpen. DevCD ist geused worden von Ibiza. Der ist aber immer noch gefährlich low, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf. Dwarf Mage droppt genauso. Also, Junge, das geht auf der einen Seite runter, wieder hoch. Swappt so auf die andere Seite. Hier fliegt Damage durch die Arena. Das geht auf keine Kuhhaut mehr. Amk unter 50% Live fliegt erstmal in die Luft. Ein bisschen Abstand hier. Ein bisschen Abstand. Nice Werbung. Prime Sub regelt. Ist doch gar kein Problem. Okay. So. Dwarf Mage castet hier die Pollys. Oh, Sacrifice ist raus. Swapp hier wieder mit einem Kidney auf Richard drauf. Jetzt wird nochmal richtig Damage gewählt. Geroach schon wieder hinterher, Junge. Da sind so knackige Ausrunde. Er geht down. Er geht down. Das ist die zweite Runde. Junge, der Heiler geht down. Wings wären nochmal abgewesen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was man da an dieser Stelle noch machen kann, Junge. Die Swapps kommen so knackig rein. DH in der Luft. Nicht wirklich große Möglichkeiten, irgendwas zu peelen oder so. Also Devastation und Asser, Junge. Das ist auch so eine Sache, ne? 2-0 hier im Grand Final für Team Who is Charter. Alter Schwede. Wir spielen aber Best of Five. Feral Mage. Was ist denn das? Das ist doch auch ein Name, Alter. Armkart. FMP. Ja, genau. Dankeschön, Ace Café, Junge. Auf euch ist Verlass. Ja, danke. Junge, FMP jetzt hier gegen, I don't know what this is. Maybe Neumeter kommt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Junge, drücken wir hier fett die Daumen. Breakstunt kommt rein. Werden gleich die Bleeds verteilt. Ibiza Knights kriegt hier gleich volle Kelle ab. Aber das ist vielleicht ganz gut so, dass wir jetzt jemanden haben, der auch Dots übelst verteilen kann. Dragon's Breath into Ring of Frost. Auch gar nicht so einfach zu meistern. Plus, wir sehen hier auch noch was anderes. Der Dwarf Mage ist jetzt nicht mehr auf Arcane, sondern auf Frost Mage unterwegs. Und ich glaube, Leute, also, es sieht nicht schlecht aus, ne? Sacrifice ist an. Owl Carry. Auch noch gut mit dem stabil, mit dem Live. Das ist alles in Ordnung. Frostbomb kommt raus. So, jetzt wird, jetzt kommt nämlich der Swap auf Richard. Aber Owl Carry ist dabei, Junge. Der ist einfach dran und versucht den Rogue gleich aufzuhalten, Junge. Der ist fast parallel zu dem gelaufen, Junge. Der hat eine Reaktionsfähigkeit, der ist ja auch geisteskrank. Junge, Junge. Jetzt werden nochmal ein paar Hots von Charter verteilt. Muss die Treeform jetzt getradet werden. Ibiza Knights kriegt aber auch ordentlich Damage. Genauso wie unser Feral, den wir hier jetzt sehen. Clown wird gecastet. Knopf erstmal schön aus dem Game rausgenommen. Sehr gut gemacht. Hier ein bisschen Pressure rausnehmen. Jetzt muss nur Richard irgendwie das hinkriegen, hier seine Teammates nochmal zu toppen. Knopf gleich wieder an Richard dran. Genauso wie Ibiza Knights. Da kommt richtig fetter Damage. Polly hier nochmal auf Knopf. Wird sofort displayt. Kidney auf Richard. Und jetzt muss Kick auf Ibiza Knights. Perfekt, Junge. So peelt man seinen Heiler. Sehr gut. Und jetzt muss das Blatt sich wenden. Jetzt muss Damage verteilt werden. Jetzt. Das heißt, die Knopf kommt. Okay. Alles klar. Junge, 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 Junge. Knopf jetzt hier. Target of Choice. Die Icelandsen gehen hier auf Ibiza Knights. Also ein bisschen Spread Damage. Swap hier auf Ibiza Knights. Charter hinterm Pillar. Holt die Trends raus. Muss Nature Swiftness usen, um Ibiza hier zu toppen. Und das Gegnerteam, das sieht gar nicht gut aus gerade. Richard low. Dwarf Mage low. Oh. Oil Carry low. Jetzt muss was praktizieren. Wings sind an. Die Heels werden hier gespammt. Icy Veins läuft. Mage hat noch beide Blocks. Wir haben auch noch die Bubble von Richard. Die ist noch da. Geroat. Bubble muss getradet werden. Ging nicht anders in dem Moment. Da kam der Silence einfach rein. Da musste Bubble getradet werden. Oil Carry jetzt low. Wir haben aber noch ein Sacrifice. Wir haben noch eine Melee Bubble. Das Team hat noch gute Cooldowns. Wohingegen das bei Charter erstmal nicht mehr so gut aussieht. Auch Knopf. Auch schon alle Cooldowns hier getradet. Gleich Evasion back up. Blind Tier jetzt auf Richard. Go auf Oil Carry mit nem fetten Kidney. Und äh... Junge Charter ist im Counterspell. Dwarf Mage dropped low. Und er geht down. Er geht down. Nein. Was ist da denn passiert, Junge? Ach du Jemine. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Äh... Junge, 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 Junge. Nein! Ach du Jemine. Junge, ich halt... Also ich halt mich mit meinen Kommentaren noch zurück, ne? Wer ähm... Mein letztes YouTube-Clip... Meine letzte Clip-Compilation auf YouTube gesehen hat, Junge... Äh... Der denkt sich auch... Bei dem ist Hopf und Malz verloren. Wo ist es denn? Junge, Junge, Junge. Alter! Big, big Shoutout! Der Gewinner steht jetzt fest. Junge! Who... Wer ist eigentlich Charter? Hat das Grand Final und somit auch das Tournament gewonnen? Das heißt Charter, Ibiza-Knights, Knopf. Ihr seid die Winner von dem heutigen Tournament. Congratulations to you guys! Jeder von euch 100k Gold. Die könnt ihr euch gleich bei mir abholen. Ladet mich einfach in die Gruppe ein. Das geht am einfachsten. Junge, Richard, Dwarfmage, Owlcarry, die Powerpuff Girls. Junge, da fettes GG in den Chat für die Powerpuff Girls. Junge, die haben ja wohl alles gerissen in diesem Spiel, oder? Junge, erst ins Lower Bracket. Im Lower Bracket dann noch bewiesen. Geisteskrank. Ins Finale noch gespielt. Junge, also das Geiste... Das ist ja wohl... Das ist Top-Level-Shit. Top-Level-Shit. Oh. Mein. Fucking. Gott. So, Leute. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich genug Gold auf meinem Druiden hab. Ah. Ich schick mir kurz Gold, ja? Wait a minute. So. Hahaha.